Ups. Da nix läuft? Ja. Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist das letzte Video in meiner Reihe I hope I can change. Und das Thema ist Respekt. Ich habe mir das Thema rausgesucht, weil ich denke, dass viel zu viele Leute von Jugendlichen nicht respektiert werden. Ich selbst kann das gut sagen, weil ich es auch viel zu selten tue. Jeder muss respektiert werden. Egal, ob es ein Präsident oder ein Lehrer, Eltern, Schüler oder sogar die Leute, die auf der Straße leben. Ich will ja auch für meinen Glauben respektiert werden. Deswegen sollte ich oder auch alle anderen den religiösen Glauben respektieren. An meiner Schule wird fast kein Lehrer mehr respektiert. Und das ist wirklich krass. Sobald ein Lehrer was zu den Schülern sagt, drehen sie sich um und lachen nur noch. Sobald er weg ist. Und sowas ist echt traurig. Jeder hat verdient, respektiert zu werden. Und in dem Fall der Lehrer erst recht. Ich finde, wir müssen uns auch untereinander als Schüler mehr respektieren. Kennt ihr das? Dass bestimmte Leute in eurer Klasse von jedem runtergemacht werden? Das ist einfach krank. Jeder Mensch ist in Gottes Augen gleich. Und wir sollten ihm Ehre machen, da er jeden einzigartig gemacht hat. Wir lästern über Justin Bieber, Donald Trump oder Angela Merkel. Wenn wir anderen Menschen gegenüber respektlos begegnen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir respektlos behandelt werden. Und das war's von mir mit meiner Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht ja irgendwie weitergeholfen. Also respektiert alle, wer es auch ist. Egal, wer es ist. Auch, weil ihr die Person nicht leiden könnt. Also, Leute, ich hoffe, ihr habt euch wirklich weitergeholfen. Und noch ein schönes Wochenende. Tschüss dann. Ja, fertig. Tschüss.